Freitag, 3. August 2018 6.17 Uhr Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Bundesliga-Livetiker-Senkrechter-Spielplan-Senkrechter-Strich-Tabelle These 1 In der kommenden Saison wird es in der 2. Bundesliga einen klaren Auf- und Abstiegskampf geben Die vergangene Saison in der 2. Liga war kurios Die halbe Liga steckte bis zum Schluss im Abstiegskampf, und auch das Rennen um die vorderen Plätze war bis zum Ende spannend In der kommenden Saison dürfte die 2. Bundesliga dagegen ein klares Gesamtbild abgeben In puncto Aufstiegskampf gibt es zwei klare Favoriten Die beiden Absteiger aus der Bundesliga, der Hamburger SV und der 1. FC Köln, dürften die ersten beiden Plätze wohl unter sich ausmachen Allein die Marktwerte ihrer Kader, übertreffen die der anderen Kiobs weit Laut Transfermarkt.de kommt das komplette Team der Kölner auf einen Marktwert von 75,18 Millionen Euro Das des HSV auf 53,5 Millionen Der Vorjahresdritte aus Kiel liegt mit 13,6 Millionen weit dahinter Dazu kommt die große Erfahrung bei beiden Mannschaften Mit Jonas Hector, Timo Horn, Marco Hüger und Marcel Risse haben sich bei den Kölnern gleich 4 Führungskräfte dazu entschlossen Mit ihrem Verein in die Zweitklassigkeit zu gehen Bei der Elf von Christian Tietz sind Levi's Holtby, Aaron Hund, Nachwuchsstürmer Jan Fiete Arp und Koto Kusakai an Bord geblieben Die Rahmenbedingungen für den direkten Wiederaufstieg der beiden Traditionsvereine stimmen Mit dem 1. FC Magdeburg und dem SC Paderborn starten zwei Aufsteiger ihr Zweitliga-Abenteuer Bei denen bis auf wenige Ausnahmen noch nicht allzu viele Spielererfahrung in der neuen Spielklasse aufweisen können Der Qualitätsnachweis steht hier noch aus Dazu kommen Vereine wie der FC St. Pauli, der SV Sandhausen und der Tabellen 16. der Vorsaison Erzgebirge Aue die sich kaum verstärkt haben Aue hat zudem noch seinen besten Stürmer und Klassenerhaltsgaranten Pakal Köpke an Hertha BSC abgegeben Leicht wird es für diese 5 Teams nicht werden These 2 Der FC St. Pauli wird es schwer haben, sich in der 2. Bundesliga zu halten Bereits in der vergangenen Saison kämpfte der FC-Stunde Pauli um den Klassenerhalt Und konnte sich erst am 33. Spieltag durch einen Sieg gegen Arminia Bielefeld retten Personell hat sich beim Klub seither wenig getan Den Abschied von Lasse Subich zum 1. FC Köln soll der Regensburger Marvin Knoll kompensieren Goppes für den FC St. Pauli reicht Ausschließlich einen Ersatz für Subich verpflichtet zu haben, ist fraglich Immerhin haben im Vorjahr nur 5 Teams mehr gegen Tore kassiert Offensiv sieht es am Milan-Tor sogar noch düsterer aus Gemeinsam mit dem SV Sandhausen und Erzgebirge Aue teilen sich die Kiezkicker den Titel Schlechtester Angriff in der 2. Bundesliga St. Pauli wird bis zum Saisonende gegen den Abstieg spielen These 3 Holstein Kiel könnte erneut um den Relegationsplatz mitspielen Boben oder unten Getty Images Kiel Trainer Team Walter für Holstein Kiel war die zurückliegende Saison erfolgreich, Platz 3 als Aufsteiger In den Relegationspartien unterlagen sie schließlich dem VfL Wolfsburg Und verpassten somit den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga Die Folge war ein Verkauf der Kieler Leistungsträger Mit Dominik Drexler, Raphael Czichus und Topstürmer Marvin Dux stehen dem neuen Kieler Trainer Team Walter gleicht drei Leistungsträger aus der zurückliegenden Saison nicht mehr zur Verfügung Neu dazu gekommen sind neben Jonas Meffert, der bislang beim Karlsruher SC Die Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte, Stefan Tesker von Twente in Schäde und Weltmeisterschaft Fahrer Leia Song, der von Jeon Bug Motors zu Holstein Kiel gewechselt ist Ansonsten haben sich vor allem Nachwuchsspieler den Kielern angeschlossen Die sich auf eine Saison des Umbruchs einstellen müssen Ein Blick in die Historie zeigt Die Spielzeit nach einem dritten Platz und einem verpassten Aufstieg war in den seltensten Fällen eine sorgenfreie für den jeweiligen Verein Zuletzt traf es Eintracht Braunschweig Nachdem die Braunschweiger in der Saison 2016-2017 noch um den Aufstieg mitspielten Stiegen sie in der zurückliegenden Saison aus der zweiten Liga ab Eine Warnung für Holstein Kiel